Ja, Roman, jetzt mal mitweil. Zeig uns doch mal bitte in der Theorie und ein bisschen in der Praxis deine beiden besten Würfe. Sagst du bitte noch was dazu? Sagen, also meine Lieblingswürfe sind natürlich Unterschusswürfe, Sprungwürfe, Alias Mikkel Hansen, also wie gesagt, ich habe viele technische Würfe, die ich versuche aber, Schlagwürfe, also das sind meine Lieblingswürfe. Kann es sein, dass Mikkel Hansen oder Philipp Jicher auch deine Vorbilder sind? Ja, ich glaube, ich mag von jedem Spieler eine Sache, die er gut kann, man versucht das natürlich, aber das ganze Leben hat man so viele Sachen automatisiert, man kann sich immer vielleicht verbessern, was neu ist zu lernen, ist immer so schwierig. Okay, vielen Dank und alles Gute noch weiterhin. Dankeschön. Tschüssi.